Ein Wagen kommt bestimmt aus der Stadt. Vielleicht ist es ein Bote. Ich danke dir. Schau, wenn ich dich nicht hätte. Ich habe gehört, Sie wollen einen Goldoni aufführen, den Diener zweier Herren. Weißt du, Schau, das Komödiespielen ist sehr schwer für ein Weib. Wir können in diesen Kostümen nicht herumtollen. Wir müssen stets schön bleiben. War der Klavierstimmer schon da? Adele, Kind. Du hier, komm. Gensurprise, ma chère fille. Du bist doch in Wien. Wie siehst du überhaupt aus? Willst du etwa hier wohnen? Wir haben kaum Selbstplatz. Hast du nicht die Luise gespielt? Die Lady Milford habe ich gespielt. Die Lady Milford in deinem Alter. Ich habe am Michaelaplatz die Luise noch mit 45 gegeben. Der Kaiser hat mir weiße Rosen schicken lassen. Das waren andere Zeiten, Mutter. Ich bin nach München zurückgekommen, weil ich Sehnsucht nach dir hatte. Wie siehst du aus wie eine Witwe? Beim Diner kann ich das nicht ansehen. Wo ist dein Gepäck? Sie haben die Gage nicht bezahlt. Ich musste alles verkaufen. Um zu dir zu eilen. Ich brauche deine Hilfe, Mutter. Ich bin selber mittellos. Ich hoffe dir eher auf deine Unterstützung. Ich muss mich jung und schön erhalten. Das kostet. Ich muss bald in die Stadt wegen dringenden Geschäften. Und sobald ich ein Engagement habe, werde ich sie angemessen entlohnen. Ich erwarte die Auszahlung einer nicht unerheblichen Erbschaft aus dem Meer. Angemessene Verhältnisse. Die Kerzen sind ein bisschen wenig. Wie heißen Sie? Zeitler, Georg. Ich werde dich Schorsch nennen. Voll heim. Wissen Sie noch, Omi und Julia? Der wahnsinnig junger Mann. Frau Wijo. Stange, mein Name. Wir haben Sie angebeten. Wie entzückt. Und der Herr Graf. Es ist Jahre her. Ihr Vater war ein großer Gewunder. Willkommen, Mutter. Geht's dir gut? Es geht, mein Kind. Sind Sie auch Schauspielerin? Ja. Ist sie nicht bezaubernd? Die Zähne sind ein bisschen schief, nicht wahr? Ich würde Sie sofort heiraten, Sie kleine Rauschgoldengel. Ich sehe aber nicht. Oh, der Hecht vom König. Darf ich vorstellen? Ein Dichter freisen, bald der Saal enge. Sie soll doch nicht bedienen. Lieber Adele, Ihre Leute sollten Sie ordentlich feiern. Aber ich nehme an, Sie gehen nicht selbst. Sie lassen sterben, so wie das Leute Ihrem Standes meistens zu tun pflegen. Sonté. Alle werden genug zu tun haben. Auch Sie, Adele. Sie werden wieder spielen. Spielen, spielen, spielen. Ich komponier doch jetzt. Das wäre aber nichts für ein Frauenzimmer. Spielen Sie doch was. Das wird sich ja auf den Grafen freuen. Glaub? Adele. Und der Hecht. Esst, nehmt, bedient euch. Los, sing. Die sind so besuffet, die Merker, die sehen ich. Was wird denn das, Merker? Freilich, Merker, siehst. Das ist doch ganz schief. Ich bewundere Menschen, die sich mit ganzem Herz der Kunst verschreiben. Mit ganzem Herz habe ich mich da. Die sind so besuffet, die Menschen, die sich mit ganzem Herz der Kunst verschreiben. Die sind so besuffet, die Menschen, die sich mit ganzem Herz der Kunst verschreiben. Merci. Roland, jetzt müssen Sie spielen. Ja, ja, ja. Adele. Kommen Sie, Sie zartes Reh. Wir werden ein Finanzimperium aufbauen. Ein gemeinsames Bankgeschäft. Sie und ich. Warum immer die... Jetzt gehen weiter. Wo sind Tinte und Federkind? Ich muss das Geld noch quittieren. Das hat dein Fräulein vergessen. Ja. Ähm. Da im Arbeitszimmer. Ja.